Die Lage ist noch nicht unter Kontrolle. In Fallujah werden Söldner durch die Straße gezogen. Das heißt, ganz offensichtlich ist das Problem immer noch nicht gelöst. Und schließlich wird im Juni 2004 der Irak seiner Souveränität zurückgegeben. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Zentralbankwander allmählich scheint die Geschichte unter Kontrolle zu geraten. Und anfängt mit sanften, sachten Zinsanhebungen. Man sieht jetzt bis Ende 2005, im Mitte 2005, sind die Zinssätze unterhalb der Inflationsrate. Nochmal, ich habe das vorhin schon kurz gesagt, ich bin zur Erinnerung. In dieser ganzen Zeit konnte kein Mensch, der größere Mengen Geld hatte, sie auf der Bank liegen lassen. Sondern man musste sie irgendwo investieren. Und was jetzt hier in der Grafik nicht gezeigt ist, es gibt ein Gesprächspotekoll von der amerikanischen Zentralbank, wo sie sagen, der Markt für Staatsanleihen ist eingebrochen. Aber die Marktteilnehmer, also die Chinesen und die Europäer und alle, kaufen jetzt amerikanische Immobilienanleihen statt Hessen. Logisch. Ja, machen Sie sich weiterhin Sorgen. Schließlich wird Immobilienanleihen gewählt. Dann, allmählich, gibt es so einzelne Anzeichen, dass die Immobilienanleihen tatsächlich passt. Der Greenspan redet es runter und sagt, da ist ein wenig Schaum für diesen Markt, aber wir halten das nicht für eine landesweite Blase. Was schon seltsam ist, weil er ja drei Jahre davor schon gesagt hat, dass so eine große Blase kommt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle in den Gesprächsprotokollen der Federal Reserve. Im Juni 2005 stellen Sie fest, die Immobilienpreise sind stark angeschmieden, Verlagerung hin zu riskanteren Hypotheken. Und es haben immer mehr Leute Immobilienanleihen gekriegt, die nicht kreditwürdig waren, also die sogenannten Ninjas, No Income, No Job, also hochriskante Kreditnehmer. Aber, stellt die Federal Reserve fest, ist eigentlich nicht unser Problem, weil das Risikokonto auf andere Investoren übertragen werden. Durch diese Verbriefung, diese CDOs, Collateralized Deb Obligation und so weiter, Kreditausfallversicherung, ist also das Risiko, dass die Kredite passen, ist auf in alle Welt nicht verteilt worden. Und das stellt die FED hier so ganz docken fest, es fließt noch viel Geld in die USA rein und das Risiko haben wir externalisieren können. Zu dem Zeitpunkt, jetzt sind wir also etliche Jahre nach dem 11. September 2007, das sieht eigentlich die Welt wieder fast in Ordnung aus. Inflation ist etwa da, wo sie 2000 Parts sind, gerade auch. Und Greenspan veröffentlicht seine Autobiografie, in der diese interessante Textpassage zu finden ist. Die Konsumausgaben helfen der Wirtschaft aus der Schwächephase, nach dem 11. September. Und diese Konsumausgaben wiederum wurden von der Entwicklung am Immobilienmarkt getrieben. Das ist jetzt so Greenspan zusammengefasst, ich muss es kurz erläutern, was damit gemeint ist. Nach dem 11. September hätte es eigentlich eine Rezession geben müssen, aufgrund all dieser Terrorgeschichten und Vorbereitung für den Irak. Diese Rezession hat es nicht gegeben, aufgrund der Konsumausgaben, weil Konsumenten so viel konsumiert haben. Und die wiederum haben viel konsumiert, aufgrund der Entwicklung am Immobilienmarkt. Was damit gemeint ist, die Häuserpreise sind gestiegen. Und was da tatsächlich passiert ist, die Hausbesitzer in Amerika, ist der Anteil an Privatbesitzter sehr hoch, 75% an einem eigenes Haus. Die sind zu ihrer Bank gegangen und haben gesagt, mein Haus ist ja bisher nur mit 100.000 Dollar vermieden, aber in der Zwischenzeit ist es 300.000 Dollar wert. Und haben von der Bank die zusätzlichen 200.000 Dollar in Cash getrickt. Und damit sind sie konsumieren gegangen. Sie haben sich also von unseren Autos gekauft und von den chinesen T-Shirts. Und die haben wir die Immobilienanleihen damit gekauft, und damit sind die Häuserpreise weiter gestiegen. Und zumindest diese Geldmaschine, Immobilienblase, hat den USA die Rezession dort verhindert. Pech für Greenspan war, dann kam es die Autobiografie draußen gewesen, platzt die Blase tatsächlich, Lehman stürzt zusammen und die Zentralbank in der anderen Welt müssen eingreifen, damit das System nicht komplett kollabiert. Hier nochmal vorgerufen, weil das ist wirklich ein spannendes Zitat. Okay, so ging es die letzten sechs Jahrzehnte. Auf dieser Kurve habe ich mal kurz gezeigt, was das mit dem Dollar getan hat. Man hört ja häufig, der Ölpreis sei jetzt astronomisch gestiegen, oder die Goldpreise, die Goldpreise seien gestiegen. Die grüne Kurve ist der Preis von Böhl, ausgedrückt in Dollar. Unten, das ist schon fast keine Kurve, sondern eine Linie, ist der Böhlpreis ausgedrückt in Gold. Seit 1946 bis heute kriegt man für Einigung zu Gold zehn Fässer Öl. Manchmal neun, manchmal elf, aber das hat sich sozusagen 60 Jahre nicht geändert. Nur, man kriegt jetzt gemessen an dem Ölpreis von früher, kriegt man etwa noch drei oder vier Prozent von dem Öl für seinen Dollar, wie man da vorgekriegt hat. Also es wäre korrekter zu sagen, nicht der Ölpreis ist gestiegen, sondern die Kaufkraft des Dollars ist ins Bodenlose gefallen. Das hat vor allem alle Länder auf der Welt getroffen, weil die Zentralbanken, die Bankreserven typischerweise Dollar halten, und 65 bis 70 Prozent der Zentralbankreserven sind in Dollar. Das heißt, der Wertverlust des Dollars trifft eben nicht in erster Linie die USA, sondern trifft die Gesamtwelt der Bevölkerung. Die Vereinten Nationen und die Brinkländer, Brinkländer, Brasilien, Russland, Indien, China, haben die Finanzkrise analysiert. Und interessant ist, beide sind ziemlich zeitgleich auch zum gleichen Schluss gekommen. Es gibt also von der chinesischen Zentralbank auf der Homepage die Rede auch zum Nachlesen, und von der UNO das sowieso. Beide sagen, die Krise hat ihren Ursprung in dem Triffin-Dilemma, das werde ich gleich erläutern, was das ist. Und beide sagen, Keynes hatte eine gute Idee in den 40er Jahren. Das werde ich auch gleich erläutern. Das Triffin-Dilemma 1959 schreibt Triffin, die Verwendung nationaler Währungen als internationale Reserven stellt in der Tat einen eingebauten Destabilisator im Weltwährungssystem dar. Und er sagt 1959 voraus, dass die Krise, die wir heute haben, passieren wird. Und er erklärt in seinem Buch auch, dass genau dieser Mechanismus auch 1931 zum Zusammenbruch des britischen Fundes geführt hat. Das Dilemma besteht aus folgendem, wenn ich eine Nationalwährung als Weltleitwährung verwende, dann muss sie, und das ist übrigens das große Problem, das Reserverwährungsland verlassen. Die Welt will die Dollars verwenden als Liquidität, dafür müssen die Dollars in die Welt kommen. Und damit Dollars in die Welt kommen, müssen die USA Defizite machen. Und zwar in astronomischen Größenrauben. Die Größenraubung der Defizite muss der vom Weltmarkt angefragten Geldmenge entsprechen. Gleichzeitig, und das ist das Entgegengesetzte, würde man von so einer Reservewährung natürlich verdanken, dass sie sicher und stabil ist, und daher muss das Reservewährungsland über eine entsprechend solide Wirtschaft verfügen. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig Defizite machen und eine solide Wirtschaft haben.